Geliebte Zuhörer, wenn ich heute gewürdigt werde, euch wieder das Wort Gottes zu verkündigen, so sei das Wort des Apostels am Schluss der Offenbarung mein Gruß an euch. Offenbarung 22, Vers 21 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Diese köstlichen Gottesworte schließen eine unendliche Fülle des Trostes in sich. Eine Fülle, die in tausend Predigten ja durch das ganze Leben hindurch nicht erschöpft werden kann. Wir alle, die wir aus der Allmachtshand des großen Gottes hervorgegangen sind, bedürfen gleich sehr der Gnade. Denn sie bedingt unsere Existenz. Wie die Luft, die wir atmen, notwendig zu unserer Erhaltung ist, so auch die Gnade Gottes. Ihr, die ihr schon lange auf dem schmalen Pilgerwege seid, die ihr schon manchen Kampf bestanden habt, ihr bekennt heute, dass ihr der Gnade Gottes alles verdankt. Doch auch euch, die ihr noch nicht erkennt, was zu eurem Frieden dient, und wäret ihr auch ganz in Weltsinn versunken, ist und tut die Gnade Jesu Christi Not. Der Ausdruck Gnade, Gnade Gottes, Gnade Jesu Christi, hat nicht in allen Stellen der Schrift die gleiche Bedeutung. In einigen Stellen bedeutet Gnade den Vorsatz des göttlichen Erbarmens von Ewigkeit her, ehe wir ein Dasein hatten, zu unserer Erlösung. Während in anderen Stellen das Wort Gnade Jesu Christi die Herablassung des Sohnes Gottes bezeichnet, wenn er mit Entäußerung all aller seiner Herrlichkeit von des Himmelsthron zu uns herniederkommt, Knechtsgestalt annimmt und sich in die Reihen der Sünder stellt, um für sie zu leben, zu leiden und zu sterben. In der vorliegenden Schriftstelle aber wird darunter verstanden, der allmächtige, bleibende, beugende, kräftigende, siegreiche Einfluss des lebendigen Heilandes auf die Herzen seiner Kinder, vermittelt durch den Heiligen Geist. Indem wir uns unserem Textwort zuwenden, betrachten wir zuerst die Gnade Jesu Christi und zweitens ihre Wirkungen. 1. Die köstliche Gnade Jesu Christi ist, wie er selbst, göttlicher Natur. Das erste hervortretende Kennzeichen derselben ist ihre Souveränität. Sie ist die freie Gnade eines souveränen Heilandes gegen arme, schuldige Sünder. Die freie Einwirkung von Seiten des Herrn geschieht in der Offenbarung seiner Gnade auf das Herz des Menschen. Durch sie wird der Sünder aus dem Schlafe erweckt, das neue Leben geschenkt, erhalten, genährt und endlich herrlich zum Siege geführt. Die Heiligen Gottes sind ebenso abhängig von der Gnade Jesu Christi, um zu beharren bis ans Ende, als die Gottlosen, um gerettet und selig zu werden. Wir haben alles in allem, was der arme Sünder bedarf, in dieser Gnade. Sie ist eine absolut, völlig, freie, unbedingte, in ihrem Ursprung und in ihrer Betätigung. Gottes Wort kennt keine Ausnahmen. Die Gnade Christi ist für alle Menschen da. Wie herrlich tönt die Botschaft des gnädigen Heilandes schon im alten Bund. Wohl an alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser und die ihr nicht Geld habt. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Beides, Wein und Milch. Sein eigener Mund aber hat so liebreich eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Seinen Boten gab er den Auftrag, geht hin in alle Welt und prägt das Evangelium aller Kreatur. Es ist die größte Beleidigung gegen den Herrn und die allerschrecklichste Sünde, wenn der Sünder spricht, meine Sünde ist zu groß, um vergeben zu werden. Diese Lüge schrieb Satan zuerst in das Herz keins des Brudermörders und seither in die Herzen von Millionen unglücklicher Sünder, die in der Verzweiflung dahin sterben, weil sie jener Lüge glauben. So ist es auch sehr sündhaft von uns, die wir errettet sind, wenn wir denken, dieser oder jener Weltmensch sei rettungslos verloren. Für ihn gäbe es keine Möglichkeit der Errettung. Meine Lieben, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi ist so frei wie die Luft, die wir atmen. So frei, dass selbst der Gottloseste unter allen Gottlosen, der tief gesunkenste Sünden- und Lasterknecht, errettet werden kann, wenn er sich zu Jesus wendet. Diese Gnade ist eine freie Gnade. Das heißt, wenn sie irgendeinen Menschen zuteil wird, so liegt keinerlei Grund dazu in ihm selber. Er hat sich derselben weder würdig gemacht, noch ist er fähiger für die denn andere Leute. Gott sah an uns nichts Ehrenwertes, nicht Tugend und nicht Würdigkeit. Nein, nur Entstelltes und Verkehrtes, nur Sünde, Krankheit, Schmerz und Leid. Und doch wandte uns Christus seine Gnade zu. Gnade schließt jedes Verdienst aus. Wenn sie uns zuteil geworden ist, dürfen wir es nicht uns selber zuschreiben. Weder unserer Reue, noch unseren Tränen, Seufzern und Gebeten, noch irgendwelchen Gefühlen in uns, sondern nur dem Herrn Christo. Der Heiland sagte zu seinen Jüngern nach der Auferstehung, sie sollten mit der Predigt des Evangeliums anheben zu Jerusalem. Wunderbare Gnade, die auch denen angeboten, ja zuerst angeboten wird, welche ihre schuldige Hand angelegt hatten, den Herrn der Herrlichkeit umzubringen. Gerade jene, welche Jerusalem mit ihrem Geschrei kreuzige, kreuzige erfüllt hatten, waren die ersten, welchen das Wort von der Versöhnung verkündigt werden sollte. O Sünder, mag das Gesetz dich verdammen? Magst du selbst dich verdammen? Mögen alle Heiligen Gottes dich verdammen? Christus verdammt dich nicht. Der Weg zu ihm steht dir offen. Seine Gnade ist für die Gottlosen, wie du einer bist. Da. Und wenn du zu ihm kommst, wird er dich selig machen. Die unbedingte Freiheit der Gnade, Jesu Christi, offenbart sich gerade hier, dass er keine Rücksicht auf unsere Schlechtigkeit, unsere Gottlosigkeit nimmt, wenn er uns selig macht. Der einzige unwandelbare Beweggrund, uns Gnade zu erweisen, liegt, Gott sei Dank, in Christo Jesu. Es ist sein ewiges Erbarmen, dass alles Denken übersteigt. Gott vergibt uns nicht um unser Willen, sondern um Christi Willen, der einen vollkommenen Gehorsam für die Sünder geleistet und sich für unsere Schuld aufgeopfert hat. Wenn wir auch nur einen roten Heller von unserer großen Schuld selbst hätten abtragen sollen, würden wir nie aus dem Kerker herauskommen. Nun, aber kannst du und sollst du frei werden. Mögen deine Sünden blutrot gen Himmel schreien wie kein Sünde, komm zu Jesus und deine Seele soll im Blute Jesu völlig gereinigt werden. Weiß wie zarter, frisch gefallener Schnee. Der Herr ruft dir zu. Ich tilge deine Übertretungen wie eine Wolke und deine Sünden wie einen Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Da ist ein verurteilter Mörder auf dem Schafott. Das Todesurteil ist verlesen, der Stab über ihn gebrochen, seine Augenblicke sind gezählt. Schon schickt der Henker sich an, ihm den Todesstreich zu geben, aber siehe, in letzter Minute sprengt ein Kurier auf weißem, mit Schaum bedeckten Pferde heran. Der bringt das Begnadigungsschreiben des Königs und im nächsten Augenblick ist der des Todes Schuldige frei. Wird er die Begnadigung nicht froh und dankbar annehmen? Sollte man nicht erwarten, dass das neue geschenkte Leben ein besseres sein wird, als das in blutiger Missetat verwirkte? So ist es mit der Gnade Jesu Christi. Sie ist völlig frei. Nicht, weil du so schlecht bist, hast du noch keine Gnade erlangt, sondern weil es dir am ernsten Wollen fehlt. Je schrecklicher ein Mensch in Sünde versunken ist, desto kräftiger redet die Gnade für ihn. O lasst uns diese Gnade Jesu Christi nicht schmälern. Nichts erfreut das Herz des Herrn mehr, als wenn wir seinen Worten glauben, seiner Einladung folgen und zu ihm kommen. Eine weitere herrliche Eigenschaft der Gnade ist ihre Allmacht. Es ist nicht das Wohlwollen, die Teilnahme oder Zuneigung eines Engels oder seligen Geistes, sondern es ist die Gnade dessen, der die Welten ins Dasein gerufen hat und sie kräftiglich erhält, der uns aber in seiner tiefen Herablassung den höchsten Beweis seiner göttlichen Machtvollkommenheit gegeben hat, der durch seine Auferstehung seine unbegrenzte Macht über das Totenreich erwiesen, dem der Vater alle Gewalt und Herrschaft übertragen hat. Was würde uns die Gnade oder das Anerbieten derselben nützen, wenn wir nicht auch in Gottes Wort die Bürgschaft hätten, dass Jesus niemals einen sich zu ihm wendenden und den Elenden und Armen hilflos von sich wies? Wenn wir nicht wüssten, dass die Gnade Christi eine Allmächtige ist, daran hält sich der arme, schwache Jünger fest, mit allen Fasern seiner Seele. Jesus kennt meine Bedürfnisse und weiß sie alle zu befriedigen. Welche Ermutigung für den Sünder wie für den Heiligen, wenn beide das Bewusstsein in sich tragen, dass in ihnen selbst tausend Möglichkeiten zum Unterliegen sind, ja, dass schon die geringste Veranlassung sie zum Fall bringen kann, liegt in der Tatsache, dass diese Gnade Christi, wie er selber allmächtig ist. Es gilt für einen und alle, diese Gnade zu ergreifen, lesen wir doch im Worte Gottes so viel von der allmächtigen Gnade. Da heißt es zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Und Epheser 1, Vers 17 bis 23, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte eure Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welches da sei die Hoffnung eures Berufung und welches da sei der Reichtum seines herrlichen Erbes an den Heiligen und welches da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel hoch über alle Fürstentümer und Gewalt und Macht und Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gegeben, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welcher da ist, sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Diese Gnade wird an uns gewandt, um den dreifachen Tod zu vernichten und das Ebenbild Gottes, unseres Heilandes, in uns wiederherzustellen. Die Gnade Jesu Christi bewirkt eine Zuströmung von Leben. Das Größte, was im Himmel und auf Erden je geschehen ist und geschehen konnte, ist durch Gnade zustande gekommen. Ihre Allmacht vermag nichts zu widerstehen. Der Satan mit den Fürsten und Gewaltigen seines Heeres vermag nichts wieder die Anschläge des Höchsten auszurichten, wo die Gnade waltet. Mit ihrer Allmacht unzertrennlich verbunden ist ihre Siegeskraft. Sie mag nie unterliegen, sondern schreitet im Triumph unaufhaltsam weiter. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unserem Herrn. Römer 5, Vers 20 und 21. Wer vermag der siegreichen Gnade zu widerstehen? Sie ist eine Majestät, der sich alles beugen muss. Auch das menschliche Herz, obgleich es von Natur der Gnade widerstrebt. Sie besiegt den Stolz und Hochmut, die Selbstgerechtigkeit und alles, was sich wieder Christus erhebt. Sie nimmt uns alles eigene, um uns Christi verborgene Schätze zuzuwenden. O Seele, versuche es immerhin. Du wirst bald erfahren, dass Christi Gnade dir zu stark ist. Wohl dir, wenn du dich mit dem Herrn völlig ergibst und seine Gnade in dir herrschen lässt, dann wirst du mit Paulus sagen können, durch Gottes Gnade bin ich, das ich bin und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. 1. Korinther 15, Vers 10. Ferner, diese Gnade ist ewig. Die Heiligen im alten Bunde schon besangen sie als eine ewige und unwandelbare Gnade. Ich will mit euch einen ewigen Bund machen, euch geben die gewissen Gnaden Davids. Alles Geschaffene trägt den Stempel der Vergänglichkeit. Alles ist im Wechsel der Zeit unterworfen. Doch Christi Gnade ist ewig. Seine Gnade und Berufung mögen ihn nicht geräuen. Es ist möglich, dass unser Glaube noch die Feuerprobe zu bestehen hat und unser Ausgang aus dieser Zeit sein wird, als gingen wir durch ein Meer der Flammen. Aber selbst dann ist keine Ursache zum Verzagen. Hat die Gnade ihr Werk in uns angefangen, so wird sie es auch vollenden. Betrachten wir einen Petrus in der dunkelsten Stunde seines Lebens. Als er seinen Herrn so schändlich verleugnet hatte, wie finster muss es da in ihm geworden sein, welche grauenhafte Verwüstung in seiner Seele Platz gegriffen haben. Oh, er hätte es vielleicht nie wieder gewagt, sich zum Herrn zu nahen und ihn anzurufen. Aber da sah der Herr ihn an mit seinem gnädigen Antlitz und es brach sein Herz. Dieselbe Gnade, die ihn zu Anfang in die Nachfolge Jesu berief, sie brachte ihm göttliche Reue und göttliche Tröstung. Endlich ist Christi Gnade auch unerschöpflich. Es ist eine Gnadenflut, die keine Abnahme kennt, ein unendliches tiefes Meer ohne Ebbe. Je mehr aus dieser seligen Flut geschöpft wird, desto freigebiger sprudelt sie hervor. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Johannes 1, Vers 16 O selige Flut, wer möchte nicht ohne Unterlass zu dir nahen und deiner Segnungen teilhaftig werden. Lass uns nun im zweiten Teil unserer Betrachtung die Wirkungen der Gnade Christi behandeln. Ihr Einfluss erstreckt sich auf Bekehrte und Unbekehrte. So viele ihrer durchs Evangelium berufen werden. Sehen wir zuerst, wie die Unbekehrten durch ihren Einfluss erneuert werden. Gleich wie durch Jesum Christum als das ewige, lebendige Wort Gottes im Anfang Himmel und Erde ins Dasein gerufen wurde und wie er die Welten trägt mit seinem kräftigen Wort, so ist auch die geistliche Schöpfung, das neue Leben, von Anfang bis zum Ende sein Werk, ein Werk der Gnade. Und so sehen wir zuerst diese Gnade in eine Mitteilung von Seiten seines Geistes, wodurch das neue göttliche Leben im Herzen des Sünders hervorgerufen wird. An einem geistig Toten regt und bewegt sich nichts, bevor er nicht unter den Einfluss der göttlichen Gnade gelangt. Jesus bringt durch seine freie, allmächtige Gnade die große Veränderung hervor, wodurch das Alte vergeht und alles neu wird. Auf sein Allmachtswort, Lazarus, komm heraus, verlässt der schon in Verwesung übergegangene Tote die dunkle Grabesgruft und erscheint lebendig, ein Bild der Gesundheit. Einer Lydia tut der Herr das Herz auf und unter dem Einfluss der Gnade bewirkt das gepredigte Wort die Erneuerung ihres Sinnes. Jesu Gnade beeinflusste jene Maria von Bethanien derart, dass sie das gute Teil erwählt und sich zu seinen Füßen setzt. Diese allmächtige Gnade vermag die festesten Riegel vom Herzen zu lösen, alle Bande zu durchbrechen und ihre Gefangenen zu ewiger Freiheit zu führen. Wie sie zuerst den Sicheren aus seinem Sündenschlafe erweckt und ihm seine Gefahr zum Bewusstsein bringt, so bringt sie dem uns ewige Heil bekümmerte die heilige Urkunde der Begnadigung und Versöhnung mit Gott. Wer solche Begnadigung erfuhr, der weiß sich persönlich von Gott geliebt. Das Verdammungsurteil und Verdammungsgefühl ängstet ihn nicht mehr, denn alle seine Sünde und Schuld ist durch das teure Blut Jesu getilgt. Friede und Freude erfüllen seine Seele. Als Geretteter, dessen Fuß auf sicherem Feld steht, gibt er sich der Wonne des neuen Lebens hin und der Ruhm des Retters ist in seinem Munde. O ihr, die ihr noch nicht errettet seid, wenn auch nur ein schwacher Funke von dem Verlangen nach Erlösung in euch glüht, so habt ihr die schon der Gnade dessen zu verdanken, der weit mehr bereit ist, euch selig zu machen, als ihr bereit seid, euch retten zu lassen. O kommt zu Jesu, gerade jetzt, wo ihr seine Stimme hört, nehmt die dargebotene Gnade an und widerstrebt nicht länger zu eurem eigenen Verderben. Welche sind nun die Wirkungen dieser herrlichen Gnade bei den Wiedergeborenen? Sie bewahrt und erhellt das geistliche Leben in ihnen, damit es nicht durch den Gifthauch der Sünde zerstört werde. Die Gefahr dazu ist unendlich groß. Der Teufel bietet alle seine List und Macht auf, sie wieder in den knächtischen Dienst der Sünde gefangen zu nehmen, welchen sie entronnen sind. Die Gnade kräftigt sie in ihrem Glaubensleben, dem Versucher fest und standhaft zu widerstehen. Das Wort Leben aus Gott enthält den Himmel, wonach sie sich das unaufhörliche Trachten der Gnadenkinder erstreckt. All das innige Verlangen, die heiße Sehnsucht, die keusche Liebe, die selige Gemeinschaft mit dem viel geliebten Sohne ist ein sicheres Zeichen, dass Leben aus Gott vorhanden ist. Je kräftiger dieses sich entwickelt, desto mehr Läuterung und Reinigung. Das unlautere tote Wesen des alten Adam wird bekämpft und abgelegt, Kraft der geschenkten Gnade. Es ist dem Christen nicht genug, Leben aus Gott empfangen zu haben. Dasselbe muss sich auch im Wandel erweisen. Im Frühling bemerkt man den Gärtner, wie er mit scharfem Messer sich an die Fruchtbräume macht und hier und da Holz wegschneidet. Wozu diese Prozedur? Damit das Leben, der Saft und die Kraft, welche der Baum zum Frucht tragen bedarf, nicht durch das wilde, unfruchtbare Holz beeinträchtigt werde. So spricht der Heiland in Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater, der Weingärtner, einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringt, nimmt er weg und einen jeglichen der Frucht bringt, reinigt er, dass er mehr Frucht bringe. Gleich wie der Lehrmeister jeden Morgen von Neuem beginnt, mit Unterricht und Zucht auf den Lehrburschen einzuwirken, so ist es mit dem neuen Leben der Gnade Jesu Christi. Dieselbe wirkt Beugung des Herzens und wahre Demut. Darin soll der wahre Christ wachsen. Ein Christenmensch, wenn er auch ganz demütig scheint, ist er es damit noch lange nicht in Gottes Augen. Wir sind alle von Natur entsetzlich hochmütig. Wenn wir recht treu und redlich sein wollen, werden wir diesen eingefleischten Hochmut mit tiefem Schmerz entdecken. Ohne wahre Beugung können wir die süßen Tröstungen nicht empfangen, die der himmlische Vater uns um Christi Willen zugedacht hat. Wenn wir aus Gnaden in den Himmel kommen, werden wir dort keine hohe Meinung von uns haben, also müssen wir hinieden für den Himmel zubereitet werden. Niemand kann sich ohne die Gnade Christi demütigen. Doch wie dieselbe beugt, so erhebt sie auch die gebeugte Seele wieder bis in den dritten Himmel. Sie allein nur kann das bekümmerte Herz trösten, kräftigen und stärken bei allen Anfechtungen von innen und von außen. Sie erquickt und bringt uns dahin zu jauchzen und in Jubel auszubrechen. So dann wirkt sie wahre Heiligung in uns. Sie herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Die wiedergeborene Seele sehnt sich nach dem Himmel, weil dort keine Sünde mehr ist. Die Gnade Jesu Christi bewirkt in uns eine Festigkeit und Stetigkeit gleich wie die Magnetnadeln, welche unter allen Umständen ihren Normalrichtung innehält. Vermöge seiner Gnade spricht Gott zu seinen Kindern. Ich will in ihnen wohnen und wandeln und ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So wollen wir uns denn dieser Gnade ganz hingeben. Sie sei und bleibe unser Ein und Alles. Lasst uns jeden Morgen aufs neue Gnade suchen, jeden Tag mit Gebet anfangen und beschließen. die Gnade Jesu Christi, die uns vorgehalten wird. Sie sei und bleibe bei uns allen. Gott lasse uns aus Gnaden einst das Antlitz Christi sehen in Freude und Wonne. Möge sie noch vielen unserer armen Mitmenschen zuteil werden zur Verherrlichung des hochgelobten Heilandes. Amen. dass E mit ihr end Hahn ist der S